Da ist natürlich die Frage, was ist das Besondere an einer Therapie mit mir oder einem Coaching mit mir. Ich bin klar im Iran geboren, habe dann Revolution und Krieg als Kind erlebt. Mein Vater war Vermessungsingenieur. Der hat mir sehr wissenschaftlich alles sehr präzise beigebracht. Man musste alles ganz genau wissen. Ich habe als Kind Bücher gelesen von Darwin und von Marx über Philosophie und verschiedene Sachen. Ich war sehr materialistisch eingestellt. Auf der anderen Seite war ich ein Schüler von Maharishi Mahesh Yogi, der Meditationslehrer von den Beatles. Ich habe mit ihm gelebt. Ich habe drei Monate da meditiert. Ich habe mit Anthony Robbins als Crewmember gearbeitet auf Unleash the Power Within, wo man über heiße Kohlen läuft. Oder Business Master, wo die Leute 10.000 Dollar bezahlen für vier, fünf Tage Ausbildung. Da war ich Crewmember. Ich weiß genau, was hinter den Kulissen abläuft. Ich habe ein Training gehabt in Amerika, wo wir dann zwei Wochen lang einander zugehört haben, sodass man das Zuhören ohne Kompromisse durchführen kann. Das sind alles Ausbildungen. Das war auf meiner Suche sozusagen, wie ich mich einfach verbessern kann. Und das ist ja auch diese Regelmäßigkeit, die jeder Therapeut, jeder Coach machen muss, damit er einfach auf dem Level bleiben kann. Du musst einfach permanent dich weiterbilden. Was aber am Ende zählt, ist, wenn ich den Kunden direkt vor mir habe, will ich ihn nicht durch meine Zertifikate überzeugen. Ich will ihn nicht durch meine Ausbildung überzeugen. Wichtig ist, dass ich auf Empfang bin. Dass ich das Richtige wahrnehme. Dass ich ihn genau lenke in dem Moment, wo er es braucht und nicht so viel pushe, was er nicht braucht. Durch dieses Gerät und durch diese trainierte Erfahrung sozusagen nach 20 Jahren verschwenden wir keine Zeit. Wir gehen gezielt auf das ein, was wichtig ist und nur auf das ein. Dadurch ist das natürlich auch möglich, dass man in zwei Tagen Sachen erreicht, die sonst vielleicht ein ganzes Jahr mit Gesprächstherapie dauert. Viele Leute sagen, wie soll das in zwei Tagen gehen? Meine Schwiegermutter sagt, wie hältst du es selber zwei Tage lang aus? Das ist das Training. Ich kann zwei Tage lang, ohne dass meine Aufmerksamkeit abgelenkt wird, bei dir sein. Und das gibt uns auch die Chance, dass wir nicht jede Woche eine Stunde das Ding angucken und dann durch die Welt abgelenkt werden. Sondern wir gehen einfach diesen geraden, direkten durch, bis wir an der Wurzel dran sind. Und dann cutten wir das. Und dann ist das durch. Das kann ich dir auf jeden Fall garantieren. Lass uns einfach kennenlernen. Du wirst es selber entdecken. Lass uns einfach kennenlernen. 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 Lass uns einfach kennenlernen.